Freunde, und damit ihr den Unterschied merkt, hier ist nochmal TK aus HGB zwischen freier Presse und der Wahrheit und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, habe ich mich natürlich sofort mal umgeschaut und habe den wahrscheinlich mit korruptesten Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefunden, den RBB, wie wir hier sehen. Die haben sogar eine Kamera mitgebracht. Wir wollen doch mal sehen, wer heute besser berichtet, ob der TK aus HGB ist oder der RBB. Da, wo letztens irgendwie eine Intendantin rausgeflogen ist, weil sie sich zu viel 100.000 Euro in die Tasche gesteckt hat, aber die lieben Mitarbeiter sind ja wenigstens heute hier. Bis später. Ja Freunde, hier ist ja wieder der grinsende TK aus HGB, euer Nachrichtenmann, der neue Nachrichtenmann aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir sehen hier, ist ein Symbol angekommen. Deutschland wird wahrscheinlich vor die Hunde gehen. Deswegen ist hier ein Auto gegen die Ampel gefahren. Ich hoffe, man kann das hier gut erkennen. Reini, film das mal bitte. Und der Zusammenhalt ist so groß, dass sämtliche Unternehmer, die Kinder von den Unternehmern, die Landwirte auf diesem Fahrzeug unterschrieben haben. Und ich bin total froh, dass wir zum ersten Mal heute Morgen die deutsche Fahne sehen. Und hier haben wir die Ampel. Und hier haben wir Freunde aus Stuttgart. Und da gehen wir jetzt mal fragen, warum die hier sind und wie lange die hier bleiben. Guten Morgen. Genau der Mann ist es. Genau der Mann ist es. Ich bin der Thomas. Guten Morgen. Servus, Stefan. Servus. Wo kommst du her? Aus dem Landkreis Karlsruhe. Ich bin perplex. Wann sind Sie losgefahren? Gestern Morgen. Halb acht circa. Mit dem Traktor? Ja, mit dem Traktor. Sie sind Landwirt? Ich bin Landwirt, ja. Was sagen Sie zur Politik der Ampel? Ganz kurz. Es wäre besser, die Ampel wäre aus. Ja, da ist ein guter Einsteller. Hier haben wir noch so einen, Reini, komm mal mit rüber, so einen großen Bären. Guten Morgen, mein Lieber. Guten Morgen. Ich bin der Thomas. Du bist der? Martin. Martin, Martin, wo kommst du her? Stuttgart. Martin, wann seid ihr losgefahren? Mit ihm ein bisschen später, neun oder zumindest getroffen. Und wer schaffe ich jetzt zu Hause? Die Frau. Die Frau. Okay. Und die Mutter. Und die Mutter. Ja, ist so. Warum seid ihr hier? Weil ich so nicht weitergehen kann. Dorf, Bauern in Not. Richtig, Reini, füllen wir eben mal rum. Bauern in Not, was können wir alle zusammen heute erwarten? Was ist denn so deine Meinung? Das sind wir mal gespannt, was heute Abend ist, ob es die Ampel noch gibt oder nicht. Das ist auch eine schöne Einstellung. Ich danke dir, ich danke dir, dass ihr so weit gekommen seid. Guten Morgen, ich bin der Thomas. Ich bin der Achim. Achim, du bist der Achim. Achim, du kommst woher? Gleichfalls aus dem Landkreis Karlsruhe. Also seid ihr irgendwie im Trost zusammengefahren? Jawohl, ja. Das sind unsere Schlepper da. Wir sind heute, die können alle zu uns da und wir sind zu zehn draufgefahren heute. Okay, wollen wir uns drauf verständigen? Die Bilder gehen hundertprozentig viral. Wir bleiben so lange hier, bis die Ampel aus ist? Wir versuchen es, jawohl. Wir versuchen es, gut. Freunde, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit, dass ihr ganz lange durchhaltet und schöne Grüße demnächst nach Karlsruhe. Nach Karlsruhe. Werden wir ausrichten. Alles klar, danke. Ja, liebe Freunde von TK aus HGW und seinem Team, jetzt sind wir an der amerikanischen Botschaft in Berlin und man könnte den Eindruck haben, dass auch die Amerikaner heute große Angst davor haben, dass sie ähnlich wie die Sowjetunion heute noch aus Berlin ausgewiesen werden. Alles voller Polizei und die Amerikaner müssen wohl geschützt werden. Wir haben hier schon einige Interviews geführt und ich will an der Stelle einfach bloß mal sagen, die Welt wäre wahrscheinlich ein Stück gerechter und ein Stück weit friedlicher, wenn es nicht diese kriegshetzenden und bombardierenden Amerikaner geben würde. Wir erinnern uns an die Bilder aus dem Jemen. Wir wissen, dass die Amerikaner gerade Syrien bombardieren. Alle anderen sprechen vom bösen Putin-Krieg in der Ukraine. Wir sagen, und das ist die Meinung von TK aus HGW und seinem ganzen Team, Ami, fahr nach Hause und lass Europa endlich in Ruhe und dann könnt ihr als Moonsheiner alle irgendwie in die Geschichte eingehen. Aber wir, wir wollen hier unser eigenes Ding machen. Und die Russen haben schließlich bewiesen, dass sie dem damaligen Beitritt der DDR zugestimmt haben und das Gebiet der ehemaligen DDR auch verlassen haben. Das verlangt TK aus HGW selbstverständlich wie viele, viele andere Millionen Deutsche, auch von den Amerikanern. Hier ist die Hölle los, Freunde. Wir sind direkt am Brandenburger Torreinig. Guckt mal eben mal rüber. Das sind mit Ruffchrist. Und viele Gesichter, die uns auch schon erkannt haben, macht riesen Spaß, Freunde. Wir bleiben dran. Wir hoffen, dass wir die ganzen Videos nachher nach und nach hochladen können. Bis später, euer TK aus HGW. Bis später, euer TK aus HGW.